Pendel und es schwingt so hin und wieder zurück und ich lasse die Luftreibung weg, deswegen pendelt es immer schön gleichmäßig und an der Stelle habe ich Höhenenergie, so EH und hier habe ich kinetische Energie, EKIN und wenn das Pendel irgendwo dazwischen ist, hat es beides, dann hat es einerseits ein bisschen Höhenenergie und andererseits Bewegungsenergie, also es bewegt sich und hier ist es am schnellsten und hier ist es, also am Umkehrpunkt hat es die Geschwindigkeit V gleich 0, da hat es überhaupt keine Bewegungsenergie und dazwischen eben alles mögliche, genau und es gibt zwei Formeln, also gegeben ist erst einmal die Höhe, also H ist 12 cm, also mache ich hier gegeben H gleich 0,12 m, ganz brav, mehr brauche ich eigentlich nicht, ja, gesucht, gesucht, V ist gleich Fragezeichen, die eine Formel lautet EH ist M mal G mal H und die andere Formel Bewegungsenergie ist 1,5 m, V Quadrat und das Interessante ist, weil er die komplett umgewandelt wird, kann man die gleichsetzen, das ist so der Kern, also wenn ich jetzt hier 100 Joule hätte, an dem Punkt 1, dann hätte ich am Punkt 2 100 Joule Bewegungsenergie und deswegen also gleichsetzen, aber 100 habe ich nicht, ich muss mir das erstmal anschauen, also gleichsetzen, dann habe ich, ein bisschen so Platz machen und dieses Gleichsetzen kommt bei diesen Aufgaben immer wieder, also M mal G mal H gleich 1,5 mal M mal V Quadrat, EH gleich E-Kind und dann mit dividiert durch M kürzt sich diese Masse raus, das heißt, ist egal, welches, wie schwer das Pendel ist, Geschwindigkeit ist immer gleich Ich mache es ausführlich, Ortsfaktor mal die Höhe ist 1,5 mal V Quadrat, ich will noch V auflösen, also mal 2, damit er drüben ist 2GH gleich V Quadrat, V ist also die Wurzel aus, 2 mal G mal H ist die Wurzel aus, 2 mal, das sind 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat Die Höhe ist 0,12 Meter und dann bekomme ich gerundet 1,5, also V gleich 1,5 Meter Gut, bei der Aufgabe B wollen wir die verdoppeln, also jetzt sind wir bei der Aufgabe B, jetzt ist gegeben V gleich 3 Meter pro Sekunde und gesucht ist H und dann wieder M mal G mal H gleich 1,5 M V Quadrat Diesmal löse ich nach H auf und wieder wird dividiert durch M, das kürzt sich wieder weg und dann dividiert durch G, machen wir es langsam G mal H gleich 0,5 V Quadrat H gleich 0,5 V Quadrat durch G Einsetzen, ausrechnen und dann habe ich ungefähr so 48 bis so Also H gleich 0,5 mal 3 Meter pro Sekunde durch 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat ist ungefähr 0,48 Meter Das war die B, so, genau, B, dann habe ich die A und fertig